Ach Dreck, ich hab's doch fast geschafft. Opsa. Und... Hüpf, hüpf. Spring-Ducken funktioniert offenbar gar nicht. So, hüpf. Ehh. Mann, ich bin doch fast da oben. Spritten kann ich auch nicht. Dann versuch ich's mal da hinten. Was ist das eigentlich hier? Was ist das? Aber gar nichts. Kann ich auf diesen Bäumen stehen? Opsa. Mann. Jetzt geht er rauf. Hops. Hops. Ich darf doch nicht hin. Hm, offenbar ist das nur das Heilwasser, was man hier kriegt. Oder? Die sind offenbar nur zu zählen, oder? Hüpf. Nett. Uff, wir machen uns wieder auf den Weg zurück. Um die Hölle. Ich fühl mich hier irgendwie wohler. So, zack und... Bin doch daraus, wo ich nicht wolle. Scheiße. Irgendwie hat das nicht so ganz geklappt, wie ich's sollte. Ich schalte mal kurz Fraps aus, und dann schaue ich mal, wie viel er aufgenommen hat. Wenn die lautet von endlich mal freundlicherweise zu Ende laden würde. Vielen Dank. So, ich denke mal, ich beende diese Folge. Weil? Ja, warum? Weil meine Festplatte nur noch 15 GB hat, und das ist eine interne Platte. Und meine externe wandelt halt gerade um. Ne, und deshalb möchte ich hier erstmal Schluss machen. Ich speichere erstmal richtig. Wahrscheinlich ist das deswegen, dass er Dings macht. Und schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Demnächst. Demnächst heißt morgen oder übermorgen, keine Ahnung. Ich werde jedenfalls den ganzen Kram hochladen. Also dann, bis zur nächsten Folge. Let's play Half-Life Opposing Force. Auf schwer. Spannende Musik ...